Musik Die Stiftung Lebensbicke setzt sich seit ca. 20 Jahren für die Darmkrebsprävention ein. Was hat Sie bewogen, Befürworter der Stiftung zu sein? Ich mache seit etwa 20 Jahren viel Fahrerleidgänge für Autofahrer. Und da war die Motivation, wenn ich nur einen Unfall vermeiden kann, dann hat sich dieser Aufwand rentiert. Und bei der Stiftung glaube ich, dass diese Möglichkeit zu helfen noch viel größer ist, wie beim Fahrerleidgen für Autos. Und das hat mich bewogen, das zu tun. Ich sage, wenn ich damit vielleicht dem einen oder anderen helfen kann, dass er das Leid nicht ertragen muss, dann ist das für mich ein tolles Gefühl.